So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Single nach Daniel Lee von Ufo. Und ich hab richtig Bock, man. Ich hab den schon ein bisschen vermisst, ja? Sag ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, es ist so drei Wochen, zwei, drei Wochen her, von wann Daniel Lee rauskam. Jetzt haben wir Flips. Stimmt, die Beschreibung ist ja jetzt hier oben. Animation, warte, okay, wir müssen mal ganz kurz gucken, wer das produziert hat. Produziert ist der neue Song von, ich schätze mal, The Crates. Oh, 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 Gesin ist dabei. Wird der eigentlich Gesin oder Gesin ausgesprochen? Ufo hat selber noch mitgemacht, The Crates und Sonos. Okay, ich glaube, wir haben hier sowieso kein Musikvideo, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die beste Qualität. Kappa auf Spotify. Flips. Ich würde sagen, let's go. Gibt es bessere Quali als, äh, ja, ich glaub, Tidal von, von Jay-Z oder wer, wem gehört das? Äh, ich glaub, Tidal ist nochmal von der Qualität besser. Nochmal. Wahre Worte direkt am Anfang, Alter. Wahre Worte. Den meisten fehlt es an Passion. Ja. Und da muss ich sagen, zum Beispiel sowas, äh, ne, mit dem, mit dem, äh, B-Day, mit dem Reim und so, find ich halt überhaupt nicht schlimm, sowas, ne? Ich weiß ganz genau, dass ein paar Leute sagen würden, äh, Zweckreim, bla bla bla. Ich find, das passt so geil rein. Ja, als hätte ich B-Day so viel Eis auf meiner Holze, denk, wir fahren heute Ski, ey. Ne, Ski, ey. So, ey. Eigentlich könnte man sagen, so, mhm, ja gut. Einfach nur, damit es sich rein, aber ich find, das passt geil rein. Meine Cola, nie wieder Freeway. Kreditkarten ohne Limit, nie wieder Prepaid. Ja. Chrome, Harz, Jeans, Dicker, Custommade. Ich quatsch nicht. War diese Vocal da drin, ne? Diese Vocal. Damit habt ihr mich. Nein, ich hustle straight. Ja. Kaufe neue Diamonds und ich pack sie in Safe. Ja, ich stapel so viel Mios, doch ich mach keinen Break. Mein Money macht Flips. Oh. Wir haben keine Clap, wir haben ne Snap, Alter. Wir haben ne Snap, die sogar noch doppelt spielt. Geil. Geil, mach was anderes. Kein Break, mein Money macht Flips. Was für ein Vibe, Mann. Stellt euch jetzt mal bitte eine Sache noch vor. Oh, sie wäre da noch irgendwie dran beteiligt und hätte seinen Magic Bounce noch mit da reingebracht, Alter. Wuhu. What the fuck? 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 Boah, was? Was übersteuert da? Ist das geil? Ich liebe Übersteuerung. Alter, meine Kopfhörer vibrieren. Das ist selten. Das ist selten as fuck. Dass meine Kopfhörer vibrieren. Boah, ohne Scheiß und die Stimme ist relativ clean. Klar, ein bisschen Übersteuerung und so weiter, ne? Zieht ein bisschen was raus, aber die Stimme relativ clean bei diesem ganzen Holy klingt das geil. Wache auf, Mother Day in Paradise. Wache auf, ja, Team Girls und mein Bad. Deine Bitch, wie zu mir, als wäre ich Barry White. Zu viel Drugs, ja, sie ist Parallel. Fruity Loops, Soft Clipper, rettet Leben. Stay high, dicker wie ein Centi-Mail. Ich liebe dich, Ufo. Ich liebe deine Autos, dein Geld, deinen Schmuck. Einfach alles an mir. Mein Money macht Flips. Schuhe sind Rap. 100k, mein Fütt. Chanel's durchzahlen im Cash. GT2, Erase Cards. Alle Böden sind gepaid, ja. Stay high, self-made, ja. Was der fuck? Mein Money macht Flips. Was ist das für ein Soundbild? Was ist das? Was ist das im Hintergrund? Was ist da los? Junge, Formel 1, Alter. Dach, dass ich all das alleine schaffe. Ja, so viele Alben in so einer Zeitspanne. Kenn noch Zeiten, wo ich nicht mal was von Nike hatte. Heute 50.000 Kiddies in der Stay High. Die Y'all und Balmoyer, sie schicken mir jetzt Tempel. So viel Porsche, Leute sagen, Ufo, öffne mal ein Rent. Okay, wie würdet ihr das interpretieren? Wie würdet ihr diesen, diese Wechsel, diese Abwechslung, dieser Drop in der Mitte und so weiter, wie würdet ihr das interpretieren, Alter? Oh, Ufo, ich liebe dein Geld, ich liebe dein sonst was und so weiter. Ufo, mein Geld macht Flips. Drei Songs in einer Nacht. Komplette Verwirrung. Digga, ich check grad noch gar nix, ne? Ist nicht das erste Mal heute, aber okay. Für Regen voller Steine, ja, ich bräuchte noch mehr Hände. Nein, ich brauche kein Security, mein Magazin extended. Früher nur am Umhänger, vom Sheezy bis zum Kotti. Stundenlang im Barcelona, dicker für meine Laundry. Jetzt bringen sie mir die Bäche durch einen Anruf an die Lobby. Ich liebe diesen Beat, Alter. Jetzt Mios für ein Album, ja, destroy all copies. Hol leuchten und Kasten nicht. Wisst ihr noch auf dem Farid Bang Album, das eine Lied, das mich an Chicago Freestyle erinnert hatte? Ich weiß nicht mal, wie es hieß, aber auch irgendwas mit Freestyle, ne? Ich liebe solche Beats einfach. Sehr chaotisch. Ich muss ehrlich sagen, ich komme noch nicht so ganz hinter, was da alles passiert gerade. Ich glaube, man muss das ein bisschen öfter hören, um irgendwie, halt wie gesagt, diese verschiedenen Vibes zu verstehen. Deswegen so viele Producer. Ja, das waren jetzt noch nicht viele. Da gibt es ein paar Songs, wobei weit mehr drin sind, ne? In meiner Tasche im Schnur. Ausgewähnte Leute, dicker, sprechen meine Sprache. Deutsche Season, Bottega, nein, kein Versace. Auf einmal wollen es alle haben, weil ich es einmal trage. Ja, stay high. Boah, Junge, ey. Auch diese Übergänge, ne? Vorhin war doch, war doch eine Pause, da hat man doch Strand gehört, ne? Oder habe ich das falsch gehört? Da war doch Strand. Und dann kam dieser harte Part. Jetzt am Ende ist eher so, warte mal, eher so Park? So guten Morgen oder Park-Vibes oder sowas? So in der Großstadt, irgendwie sowas, ne? Den harten fand ich am besten. That's what... Ja, egal. Dicker, ich bin komplett woanders. Ich hab... Dicker, das... Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.